Wenn ich als Kind schon so einen Schuh gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht ein paar Bleiflecken erspart. Das war's für mich. Es ist mir schon ein paar Mal so gegangen, dass ich unterwegs war und der Schuh vibriert hat und ich mir dann mit Stock und so weiter genau angeschaut habe, warum er jetzt vibriert. Das war's für mich. Das war's für mich.